Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Range und hier ist wieder Hochbetrieb. Johnny verkauft weiterhin Gülle. Da habe ich jetzt noch, Sekunde, da muss ich gleich mal nachsehen, glaube 600.000 Liter oder sowas übrig. Ja, hier, 593.000 Liter. Mal schauen, wie viel sie schaffen. Was aber wichtiger ist, hier auf meinem neuen Feld ist das Pflügen bereits fertig und da sind sie jetzt am Steine sammeln. Zu dritt. Da ist der Erste, der ist schon ein Stück rumgefahren, da kommt der Zweite und da kommt der Dritte. Ich glaube, den werde ich noch etwas warten lassen. Oh, warte mal. Dich kann ich dazu nehmen. Halt mal an. Ich kann ich dazu nehmen, das Schild umzufahren. Und dann kann ich dich dazu nehmen, hier den ganzen Zirkus zu ändern. So, pass mal auf. Das alles hier kommt weg. So, jetzt kommen hier zwei dazu. So, das wird dann später noch umgebaut in gelb. Und das hier drüben, kommt alles weg. So, nee, der bleibt. So, dann bitte, geht's nicht weiter. Und da fällt 60, gibt's gar nicht mehr. Oh, 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 oh. Das wäre mir jetzt aber zu viel. Das kann ich nicht, nicht mehr so wegklicken, wie ich es gerne hätte. Also, das kann ich nicht mehr so wegklicken, wie ich es gerne so wegklicken würde. So. Gut. Aber ich glaube, den muss ich jetzt so langsam los schicken. Na, sag mal. Sag mal. Ach so, falsche Taste. Entschuldigung. So, ich gucke nochmal auf der anderen Seite. Und dann schicke ich den auch los. Aha. Guckt mal. Das muss hier alles später nochmal weg. Ich denke mal, ich werde das jetzt eine Weile so locker lassen. Und das dann offscreen sauber machen. Aber wie ist das Gröbste, weil sonst werde ich nervös. Wenn ich weiß. Ich muss die Dinger nicht sehen. Ich muss nur wissen, dass sie da sind. Und dann... ...hab ich schon Probleme. Jetzt tauchen gleich hier noch welche. Oh Gott. Wird ja mal mehr. Oh Gott. Ja, da muss ich mir echt was einfallen lassen. Ja, die Ausfahrt hier kommt weg. Die haben drüben ihre Ausfahrt. Ah ja, da mache ich auch mal eine Ruhe. Da werde ich immer mit dem LKW vorbeikommen. Weil so langsam muss der hier anfangen zu arbeiten. So. Du bist nämlich in der Mitte. Und... Flügstier. Okay. Ähm. Let's go. So. Das ist... Achso, der ist schon eine Runde rum. Ja. Genau. So. Nächster Punkt. Ja, die machen das jetzt. Und dann wird hier gekalkt. Und dann lasse ich das aber brach liegen bis zum April. Weil jetzt nochmal Gras... Und dann wieder alles pflügen und wieder alles... Nee, mache ich nicht. So. Nächster Punkt. Das sag mal. Jetzt. Das fällt hier. Wollte ich auch kaufen. Würde mich nochmal 600.000 kosten. So, aber noch über 6 Millionen. Aber da hätte ich hier weiterhin. Da kann ich nämlich auf der ganzen Linie hier. KL, M und N. Getreide und Sorgung machen. Das werde ich auch machen. Äh. Ja. So. Ihr seid soweit. Oh ja, das ist unsauber hier. Muss ich mir mal einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich den ganzen Rand hier nochmal nacharbeiten. Und dann... Ja. Ich weiß, wie ich es mache. Bei der nächsten Aussage zeichne ich hier. Also alles wieder weg. Und dann lasse ich den Trecker hier mit der Felderstellung einmal rumfahren. Das müsste doch funktionieren. So. Jetzt aber. Du. Wir haben ja schon eine Fangleine hier gestellt. Also. Das wurde schon vorher gemacht. Genau. Hier kommt der an. Fährt dann hier lang. Hält hier an. Genau. Und das hier ist jetzt... Feld N. Ähm. Ähm. Da werden wir einen Job erstellen. Nämlich hier. Job erstellen. Zielposition hier. Feldposition. Hier. Kursgenerator sagt mir 25,6 Meter. Nee. Das ist im Uhrzeigersinn. Genau. Sieht gut aus. Einmal so. Einmal so. Ja. Ich mache dazu. Du fängst natürlich auf dem Vorgewände an. Und. Ähm. Neuer Ordner. Feld N. So. Kurs speichern. Äh. Flug. Nee. 25,6 waren das, wa? Also wenn wir jetzt gleich sehen. 25,6 Meter. Klapp mal aus dem Zirkus. Ich möchte wissen, wie lange du brauchst. 15 Minuten. Also. Ähm. 25,6 Meter. 15 Minuten. Passt. Sehr gut. So. Der ist schon voll. Ah. Jetzt kann ich gleich mal gucken, wie der hier lang fährt. Ah. Okay. So etwa hätte ich mir das gedacht. Und jetzt fährst du hier auf die Straße, nehme ich an. Ja. Oder in die Richtung. Ist mir auch recht. Kann ich mit leben. Hatte ich schon mal bei der Brücke geguckt. Wir vermissen ja immer noch ein paar Holzbausteine. Hier ist nix. Und da hinten bei dem Ding waren wir ja schon. Okay. Was macht ihr hier? Seht mal durch. Warum stehst du nicht da? Wo du stehen sollst. Und hältst dir meine Leute auf. Weißt du was? Ich stelle dich jetzt hier drüben ab. So. Okay. Du bist auch gleich voll. Und du da hinten hast noch ein Gang. Okay. Wunderbar. 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 Was ist da drüben los? Jetzt erzählt mir nicht, ich hätte die so abgestellt. Also könnte mir doch nicht erzählen. Ach, das Spiel denkt sich immer wieder was Neues aus. So, und jetzt du Dicker, komm her. Hier kann ich selbst mit Superstärke nicht anheben. So. Sieht doch schon besser aus. Und den hier hab ich so auch nicht hingeschränkt. So. Besser. Okay. Nächster Punkt auf der Liste. Hühner. Also, ich hab mir paar angeguckt. Hier hinten. Ach, die Paletten hab ich schon wieder rausgenommen. Es gibt im Mothub Paletten, da passen acht Hühner rein. Problem ist nur, auf einem Lkw wird nur eine so eine Palette anerkannt. Das heißt, ich kann da nicht drei, vier Paletten hinstellen. Ansonsten hab ich nur den hier und den gefunden, die eigentlich funktionieren, aber zum Beispiel hier sind 86 Hühner drin. Und 60 ist aber das Maximum. Der hier funktioniert überhaupt nicht. Und 60 ist das Maximum. Das heißt, ich muss erst 60 kaufen und dann nochmal 26 hinterher. Den hier halt gar nicht ausprobiert, weil ich kein Trailer habe. Ich war am überlegen, ob ich einfach mal gucke, was die Hühner kosten und sie dann verkaufen. So einfach ist das. So. Ich werde die Hühner nicht mehr füttern. Für Fünfe kann ich sie kaufen. Für 25 verkaufen. Ich werde folgendes machen. Ich werde die hier bis auf ein paar wenige verkaufen. Dann Wo ist denn der Hühnerstall? Hier. Der hier. Hier haben wir noch Futter drin. Dann sollen die das Futter aufbrauchen und sobald das Futter aufgebraucht ist, verkaufe ich die restlichen Hühner und reiße den Stall ab. Und hier genauso. So. Das heißt. Auswählen. Zehn Stück. Okay. Verkaufen. 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 Wir sind jetzt hier drin. 250. Dann verkaufe ich die 200. Warte mal. Wenn sich die 200 jetzt vermehren, dann habe ich ja schon wieder 400. 400 drin. Dann wird blöd, wenn ich die verkaufe. Das heißt, ich verkaufe die 50 hier. Ähm. Das sind die hier, glaube ich. Ja. Ja. So. Gut. Da habe ich im nächsten Monat nämlich 400 und dann verkaufe ich ja 200 verkauf. Und bei euch genauso. Ja, die 220 verkaufe ich. Ähm. Halt. Jetzt muss ich. Hier. Das hier sind sie. Auswählen. 60. Ah, hier habe ich auch das Maximum von 60 Hühner. und 40. So. Und die haben hier Reproduktion 50. Die nehme ich noch mit und dann verkaufe ich wieder die Hälfte. Okay. So. Und dafür kann ich jetzt auf der... Ach so, der pflügt. Daher kommen die Steine. Ja, ja. Gut. Und dafür kann ich jetzt auf der anderen Seite nehme ich hier... Gereste aufladen? Nein. Hier. Hühnerfutter. Äh. Null Monate. Ah, ja. Auswählen. Halt. 60. Kaufen. Was zählt denn hier oben? Ach so. Der verkauft gerade Gülle. Nochmal 60. Da hätte ich 120 drin. Nächsten Monat nochmal. Nächsten Monat nochmal. Und dann vermehren die sich schon. 120, 240, 480. Klappt schon. So, die werden jetzt aber, äh, ein paar Monate keine Eier legen. So. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? 250 Tiere. Top. Top. Gut. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Wenn er hier gepflügt hat, wo Steine sammeln drüber. Da kann ich aber vorher kalken, dann ist das einmal durch. Ja. Da muss hier noch gekalkt werden, da haben wir aber Zeit. Das können wir nach dem Monatswechsel machen. Ja, weil die lasse ich brach liegen bis zum April. Genau. Und im April kommt auf E, nee, auf C, E, I und M. Also M ist das hier und N, also das hier, Sorgum rauf. Die sind ja fertig hier, C, E, ah nee, C, E, I. Ach so, die sind nicht fertig, da ist ja Gras drauf. Das heißt, wir müssen dann jetzt, nach der nächsten Grasernte, alles umpflügen. Das wird ein Spaß. Gut. Dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt so laufen? Müssen wir noch irgendwas verkaufen? Nein, wa? Die Liste war durch. Silage könnten wir verkaufen. Haben wir ja hier noch. Mal gucken mal, ist 50.000 Gras. Ach so, warte mal, wie ist der Preis hier? Von 89 auf 341. Also Silage verkaufen, lohnt sich. Angeblich habe ich eine 1,2 Millionen auf Lager liegen. Naja, in den ganzen Silos drin wahrscheinlich. Weil Silage verbrauche ich ja selber. Apropos. Da muss ich mal gucken. Ähm, hier. Wie weit ist denn die Silage eigentlich schon? Die ist ja noch gar nicht. Die habe ich auch noch nicht zugemacht. Und hier? 100 Prozent. Ich habe hier 500.000 Silage. Na, Freundchen. Wollen wir davon mal einen Trailer voll verkaufen? Pass auf, da nehmen wir uns mal einen Trecker. Der lädt ab. Ich nehme den hier mal. Hä? So. Ich habe schon wieder den Auflieger ausgeklickt. Wo sind die großen Trailer da hinten? Wo ist der blaue? Ach so, der stand hier drüben, da hinten. Vorm Schafstall. Ja gut, jetzt sind ich die roten. Die stehen auch immer Schiefer. Ich glaube, das Spiel mag es so gar nicht, dass ich die Dinger hier einfach so nebeneinander gespielt habe. Da hat jemand seine Arbeit beendet. Das müsste der Pflug sein. Ich werde gleich da hinten stehen lassen. Weil den wieder zurückfahren wird, äh, ja. So. Warte mal. Bevor ich jetzt den Zirkus mache, sollte ich mal lieber hier gucken, ob Silage wirklich verkauft wird. Da. Ja, nur. Und aber. Höchstpreis. Gras kriegen wir momentan genug rein. So. Arbeit beendet. Ja. Zwei Ecken sehe ich. Wie viele Ecken siehst du? Zwei. Okay. Eins. Und die zweite Ecke war da. Gut. Ja, und dann könnte ich hier den nächsten Monat, Februar, ähm, Steine sammeln. Jetzt stelle ich das Ding hier am Straßenrand ab. Und das kann sich dann, ähm, ähm, hier in die großen Felder hier hinten kümmern. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich mit dem Ding nicht über die Brücke rüberkomme. Das heißt, ich muss immer hier den Umweg fahren zwischen den Bäumen durch. Weil da vorne die Brücke einfach zu, ähm, schmal ist. Jetzt fährst du bitte nach Hause. Jetzt fährst du die Krise. Ich satt es dir nicht. So. Und da garen sie nicht geparkt. Okay. Wunderbar. Und hier drehen sie ihre Kreise. Sehr gut. Ja, die haben genug Vorsprung. Der dreht hier seine Runde. Der geht jetzt auf die Streifen. Und der macht dann hier. Okay. Ich bin zufrieden. Ich werde das noch ein bisschen laufen lassen. Vor allem auch, um die Gülle zu verkaufen. Weil das ist einfach, äh. Warte mal. Wo ist denn die Gülle? Und der Rakuchstall. Der hier. Wir haben immer noch 500.000. Die haben jetzt gerade mal 100.000 Gülle verkauft. Oh, Mann. Wie ist eigentlich der Preis im nächsten Monat bei Gülle? Hier. Februar. Ja, der sinkt schon wieder. Seht ihr ja. Und da gibt es ein... Ich lasse sie auch noch durch ein Februar Gülle verkaufen. Hauptsache, das Zeug kommt weg. Weil meine BGAs, die können das einfach nicht mehr, äh. Sonst kann ich gar nicht auf die Felder kippen. Wobei ich ja jetzt wieder genug Felder habe. Was los? Wollen wir dich kalken lassen? Wollen wir dich kalken lassen? Du warst, dass ich das kann, wa? Ja. Der war das, der das kann. Also. Du wirst. Ah, nee, warte mal. Ausbringen. Das hier. Hauptsilo. Kalk. Genau. Wir werden einen Wegpunkt erstellen. Quatsch. Ein Wegpunkt erstellen. Einen Job erstellen. So. Zwölf Meter, ein Fahrzeug. Rund. Ja. Wie sieht nur drei aus? Ach so, da macht er wieder. Warte mal. Und wenn ich weich mache, da macht er ganz große Kurven, wa? Nee. Da macht er richtig. Okay. Drei Vorgewände. Und dann geht er auf die Dinger. Sieht gut aus. Ähm, da speichern wir ab. Zwölf Meter. Feld N. Kurs speichern. Zwölf Meter. Ich werde jetzt mal schnell abschützen. Und den selber rüberfahren. Anhalten. Gucken. Und rüberfahren. Oh, ich sehe gerade hier ist ein Graben. So. Da seien wir. Da blockiert sich jemand. Oder auch nicht. Dann sag mir aber bitte, wie lange du hier brauchen wirst. 30 Minuten. Na ja, 29 Minuten. Los, Fahrzeit. Gut. Dann wird er jetzt nämlich hier kalken und dort Steine machen. Und danach wird er dort kalken und hier Steine machen. Das wird unser Januar sein. Genau. Und in der Zeit wird weiter Gülle verkauft. Gülle, 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 Gülle. So. Wir sind jetzt aber schon wieder bei 6,1 Millionen. Naja, und jede Gülle-Tour ist ein Tausender. Also sollen die mal freundlich vor sich hinfahren. Und ich denke, ich mache jetzt hier mal wieder einen Break. Sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem. See you later.